Robert Geiss ist sauer. Er war in Deutschland mit seinem luxuriösen Sportwagen unterwegs und geriet mit der Polizei aneinander. Schnelle und vor allem teure Autos gehören für Robert Geiss, neben eine Menge anderem Luxus, zum Alltag. In seiner TV-Show Die Geissens sieht man den Millionär regelmäßig in schnittigen Sportwagen. Auch bei einem Besuch in seiner alten Heimat Deutschland war Robert mit einem violetten Lamborghini unterwegs. Doch sein Ausflug endete mit einem Polizeieinsatz, ganz zum Ärger des 60-Jährigen. Robert Geiss genervt, das ist typisch Deutschland. Auf Instagram teilte der Wahlmonigasse einen kurzen Clip, der seinen Sportwagen, offenbar auf einem Gehweg stehend, zeigt. Um Robert und seine Karosse herum hat sich bereits eine Traube schaulustiger gebildet. Was passiert in Deutschland? Die Polizei kommt und wir müssen wegfahren. Die Polizei mit ganzem Mannschaftsaufgebot, erklärt der zweifache Vater die Situation und meckert, als ob die nichts anderes zu tun hätten, als Autos abzuschleppen. Aber das ist typisch Deutschland. Robert Geiss Follower sind Zwiegespalten.Roberts Fans sind bei dieser Aktion Zwiegespalten. Unter seinem Beitrag finden sich Kommentare wie, auch für die mit Geld, gelten die Gesetze oder der Wagen hat ja auch auf dem Gehweg nichts zu suchen. Doch es gibt auch Instagram-User, die auf Roberts Seite sind. Sei froh, dass du nicht mehr in Deutschland wohnst, schrieb zum Beispiel ein Follower. Jetzt gibt es einfach ein Follower. Schrieb feide. Ich weiße-Goffen dieses Versorg�stück.